No Job General ist ok, No Job Buhr, No Job Leader, ja. Gucken wir mal kurz in die Küche. Was verkochst du hier alles bitte? Prickleberry Seeds. Also was verkochst du nicht? Du verkaufst kein Plum Parrot, du verkaufst kein Pigtail, du verkaufst keine Sweet Pots, keine Rocknuts, kein Cave Weed. Du verkaufst auch kein Ale, aber Jagd Cheese, Abwassergebräu, das klingt immer noch so komisch. Ok, das heißt, wir haben keine Fässer. Carpenters Workshop. Machen wir mal nochmal 10 Barrels, wir haben noch genug Holz dafür. Und wir haben auch schon unsere 10 Buckets. Ok, dann brauchst du mir mal Getränke und du machst 5 Meals. So. Da seid ihr auch mal wieder uneidel. Und wir haben Winter. Äh, ist das da ein, was ist das da für ein Tier? Ein Koala. Da ist ein Koala. Wir sind also in Australien jetzt mittlerweile. Einmal von Afrika nach Australien, bitte. Ja, wir haben schon keine empty food storage mehr. Aber kein Problem, den macht ja unser Carpenter macht mal 10 neue Fässer. Ja. Was ist das da? Achso, das müsste ein Lehm sein, oder? Ja. Das ist ein Dinger Lehm. Sehr gut. Oh, und ich merke gerade, wir brauchen auch noch neue Bins. Bin. Ja, sicherlich kein Iron Bin. Konstrukt Wunden Bin. Es gibt leider, glaube ich, kein Rock Bin. Also müssen wir mit 20 Wunden Bins mal vorlieb nehmen. Okay, mein, einer Miner ist gerade wieder beim Minern, zum Glück. Der andere ist beim Zeug schleppen. Du hast jetzt nicht wirklich nur das eine Ding weggehauen, nur um jetzt irgendwas in den Stockpile zu schmeißen. Zwerge und ihre Prioritäten. Ist ja nicht so, als ob man, naja, okay. Verhungert werden sie so schnell jetzt nicht mehr. Wir haben genug zu trinken und zu essen. Ich hätte mir eigentlich das Trinken kaufen und sparen können schon. Ja, genau. Schleppt das andere Teil. Jungs, kennt ihr nicht eure Prioritäten? Nein, die muss ich ihnen ja sagen. Warum wurde jetzt der Shop suspended? Achso, weil dann Stein liegt. Auch gut. Ja, genau. Räume mal den Gang hier. Und Stein frei. Ja, genau. Räume mal den Gang hier. Und Stein frei. Weißt du was? Um. New Order. Mach mal 6 Wooden Wheel Barrows bitte. So. Das dürfte die Sache auch etwas erleichtern, sobald wir, wir kriegen schon mal Bins rein. Okay, die Karawane verlässt uns bald. Damit kann ich leben. Wir haben ja gehandelt. Äh. Ich muss mir merken, meine Farben sind auf der Ebene. Ja, das ist blöd, ich habe nur zwei Hauler. Also zwei Leuten, die ich den Hauler Job geben konnte. Einmal ihm hier und einmal ihm hier. Ehemalige Farmer. Beziehungsweise das eine waren Mirka, das andere waren... Ja, was war das andere überhaupt? Auf jeden Fall nichts Wichtiges fürs Erste. Ich glaube, es sollte die nächste Ladung Immigranten kommen, nehme ich meinen Schmieden. Den Hauler Job auch noch weg. Bloß, wir haben schon wieder keine Fässer mehr. Ist egal, wir haben jetzt mal genug zu trinken. Nur mein Koch scheint seine Prioritäten noch nicht ganz zu kennen. Was liegt da eigentlich? Prickleberry Seeds. Auch schön. Kommt schon, es ist Winter. Ich wollte gerade sagen, warum sind eigentlich die Bäume wieder grün, aber die sind doch gar nicht grün. Was liegt hier für Würmen rum? Ich habe jetzt gerade gelesen, dass da Bullshit Remains liegen. Bullshit Remains, was auch immer ein Bullshit ist. Ja, wir haben wieder Raben auf der Map. Die Kitschern? Nein. Animals, genau. Nein, nicht Available. Du sollst die Batschern. Und die da Batschern? und ja sobald das kalb erwachsen ist wird das auch gebatschert weil wir können es uns nicht lange leisten noch die tiere da draußen zu halten und bevor sie verhungern und das fleisch dadurch ungenießbar wird beziehungsweise es macht ja auch sind das verhungerte tiere kein fleisch mehr haben weil sie ja verhungert sind abgemagert sind da ist an denen nichts mehr dran außer ledriger haut das ist grausam das ist halt nur fort was hier muss man auch hunde schlachten um zu überleben genau meiner mir mal bitte den raum hier leer das wäre freundlich ich glaube ich kenne mal hier und hier damit nur das frei gemacht wird damit ich die stockpile zu die farmen machen kann und die farmen selber also bald das erledigt ist können meine meiner den resten aus meinen und wir haben ein meister stück gecreated sehr schön unser erstes meister stück ich ja leider gibt es im augenblick gerade nicht viel zu tun so war wir irgendwie viel zu viel zeug hier drin liegen haben aber ich habe etwas falsch gemacht warum liegt das ganze zeug noch da drin ich meine du nimmst doch alles mögliche oder das ganze die nun mal auch empty cages und allemal treppes bitte stone nicht so natürlich nicht und 1 meiner kinder ist erwachsen geworden der ist jetzt ein passart ihr holt doch noch zeug von dort ab ich tippe er mal darauf weiter entweder habt ihr zu viel zu tun oder der platz ist belegt ja doch ich glaube ihr habt so viel zu tun ich glaube jetzt wo wir mein karts haben entlastig die mal ein bisschen ja sehr schön weil jetzt können bei den my cats ist es ja so dass nur dann leute arbeiten wenn mein karts frei sind für die stockpiles also jetzt laufen maximal drei stück rum mit mine karts die die steine abholen ach so du brauchst gar kein mein kart so die wintermusik ist bedrückend aber das sollte sie glaube ich auch sein auch wenn bei uns der winter etwas freundlicher aussieht und nachher wer wir auch immer noch die turkey händen dort drin nimm mal alles so später müssen wir dann noch einen stockpile für tierkäfige machen so eigentlich müsste jetzt irgendjemand kommen gucken wir mal kurz wir haben immer noch wogblocks im auftrag aber mein mason schläft gerade ok ist akzeptiert ok das sieht schon mal ganz gut aus deswegen designation channellt ihr mal so 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 und so und die erste schlachtung wurde vollzogen so als nächstes brauche ich foodstockpiles so einfach mal genauso anordnen wie die felder und die müssen jetzt noch gemacht werden ihr nehmt nämlich nur äh sie zieht sie zieht sie zieht sie zu plumpel mit sporn du nimmst du nimmst pigtail äh 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 体 äh äh ähh äh 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 Gut, damit wird das schon mal erledigt. Ach ja, Designation Downward Stairway.